Das ist übrigens Frieda. Wir versorgen jetzt aber erstmal Kundula, Sieglinde und Whitey Dude. Ja, die scheinen auch gar nicht so einen Hunger zu haben. War zwar leer, aber ich weiß nicht, alle zwei, drei Tage kippe ich immer was hin, aber in diesem Gehege kriegen sie auch genug Anriss. Also, damit herzlich willkommen zum neuen Video. Das hier ist jetzt mal wieder ein bisschen was Besonderes, weil das Video erst am Sonntag rauskommt, heute haben wir aber Dienstagnachmittag schon. Ich werde aber am Donnerstag, da wo es eigentlich dieser Farm-Vlog rauskommen sollte, den Amerika-Vlog raushauen und jetzt momentan, beziehungsweise das Wochenende davor war Akritechnica, da war ich komplett unterwegs. Ich habe wahrscheinlich auch viele von euch gesehen. Mein Plan ist jetzt erstmal Kartoffeln zu sammeln. Und zwar nicht irgendwie irgendwas, nein, Carsten hat ja schon angefangen. Ich mache mal Licht an. Das hier sind 220 Knollen, jeweils von einer Sorte. Das hier ist Rumba, das hier ist Jule und wir sammeln jetzt Lady Jane. So, und von hier hat Carsten gerade schon gesammelt, das ist die Rumba, hier haben wir die Lady Jane. Und hier jetzt halt kleine Kartoffeln raussuchen. Das ist der zweite Sack. Aus irgendeinem Grund haben wir nur noch 5 Kilo Säcke. Eigentlich immer 12,5. Aber ist wie es ist. Wir haben jetzt kleine Säcke. Deswegen sind es diesmal 2 geworden. Die Kartoffeln liegen hier nicht einfach so aus Juxer und Dollerei. Nein, damit merke ich mir, wie viel ich reingesammelt habe. 220 will ich haben. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 140, 160, 180, 220. Eine Kartoffel steht für eine Kartoffel steht für eine 20er Stelle. Und ja, das war's. Jetzt legen wir noch einen Zettel rein, dass das Lady Jane ist, damit wir da nicht durcheinander kommen. Und ja, dann ist damit die jährliche Untersuchung auch schon wieder vorbei. Wie gesagt, Carsten hatte schon die anderen Kartoffeln gesammelt. Ist immer ein bisschen nervig. Ja, und ansonsten ist so langsam auch eine ruhigere Phase eingetroffen hier auf dem Betrieb. Da hinten kommt mein Kater. Emil? Na? Ach nee. Jetzt schon wieder eine Maus. Na ja, was ich sagen wollte, wir müssen noch ein bisschen was auf dem Acker machen. Aber wie ihr seht, es hat die ganze Zeit geregnet. Emil? Komm mal her. Der kommt jetzt nicht. Der will die Maus reinbringen. Ah, dieser... Nee! So, ich muss mal kurz einen Cut machen, der... Sonst haben wir gleich eine Maus in der Küche. Er überlegt noch. Na ja, wetterbedingt können wir nicht allzu viel machen. Und ich werde jetzt nochmal Reitplatz abziehen. Und genau wegen diesen Pferden ist auch ständig der Frontlader dran. Jetzt kann ich es endlich mal auflösen. Ihr habt ja ständig gefragt, ob das Ding da fest ist, warum ich das nicht mal abmache. Und wir sind am Strohladen für Schampost und Co. Das Stroh kommt aber nicht in den Pferdestall. Nein, wir haben in der Kartoffelhalle hier auch noch eingelagert. Ein bisschen was. Und ja, Heu halt auch. Und das kann ich eigentlich so einmal die Woche reinsetzen. Deswegen ist der Frontlader die ganze Zeit dran. Und ja, wir sehen uns gleich auf dem Platz wieder. So, wie ihr seht, sind wir auf dem Platz. Auch schon fast fertig. Ich muss sagen, dieses Bild, das sieht so clean einfach aus. Weiß ich nicht. Vielleicht macht der ganze Spaß oder der ganze Kram deswegen auch Spaß. Kleine Info noch. Der Trecker, das wurde auch schon gesagt, der ist noch viel zu groß hierfür. Der ist noch gar nicht hierfür geplant. Also, das ist halt der kleinste Trecker, den wir hier haben, bis auf den 6M. Der steht da vorne unterm Vordach. Der wird aber immer noch viel genutzt. Und deswegen ist der jetzt für den Reitplatz da. Früher oder später ist noch geplant, einen kleinen, alten Rentnertrecker, so ein Oldtimer. Weil der Trecker wird ja im Frühjahr auch viel auf dem Feld gebraucht. Zum Hacken, Striebeln und Co. Ist ja ein kleiner Vierzylinder mit Pflegebreifung. Deswegen brauchen wir hierfür einen noch kleineren für den Reitplatz. Und wir brauchen ja auch noch was zum Stall ausmisten. Da ist aber Huftrakt geplant. Und mit dem Huftrakt dann ist wiederum das Ziehgerät verkehrt. Apropos Ziehgerät. Ich war am Anfang der klaren Einstellung, wir brauchen sowas nicht. Ist alles unnötig, Geldausgeberei. Wir haben eine Wiesenschleppe, 6 Meter. Damit bist du viel schneller, fährst du dreimal hoch runter, gut ist. Also ich habe ja gesagt, ich reite nicht. Ich habe auch ein gewisses Grundwissen. Aber dann war es das auch schon. Also eine Wiesenschleppe auf diesem Reitsand ist das ja extra. Macht keinen Sinn, weil die keine Rückverfestigung hat. Hier in diesen Clips, die ich jetzt gerade überlege, könnt ihr sehen, dass hinten dieses schräg geformte Blech fungiert wie eine Walze. Also wir lockern den Boden so ein bisschen und drücken den dann richtig schön fest. Die Wiesenschleppe hat einfach nur die Löcher mit der mitgezogenen Erde zugedeckt. Aber da war dann keine Dichte drin. Das heißt, das Loch war mit lockerer, loser Erde einfach nur ein bisschen zugedeckt. Und sobald wieder jemand reintritt, also ein Pferd, ist es wieder tief. Dazu kommt noch, dass die Kapilarität nicht gegeben ist. Du beregnest den Platz, aber es läuft extrem durch. Wir haben ja sowieso Sandböden. Das heißt, das Wasser bleibt hier sowieso nicht wirklich drauf stehen. Und wenn der Platz dann noch nicht richtig gezogen ist, dann hält sich das Wasser 0,0 hier drauf. Deswegen, dieser Altplatzplaner, der ist jetzt 2,40 Meter. Das Geld hat sich tatsächlich gelohnt hierfür. So, Erwin ist da gerade hinten, sogar an der Wiesenschleppe im Gange. Gerade eben noch drüber geredet. Da sehen wir sie schon. Die wird auch eingewintert. Ist ja logisch. Winter, Wiesenschleppen ist im Frühjahr dran. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, ich wollte noch eine Kiste Agria hier in Sturzbunker kippen. Es kommt nämlich noch einer von der Erzeugergemeinschaft und wir wollen uns unsere Agria einmal angucken. Einmal eine Kiste rein, durchsortieren. Ist aber die Frage, ob der heute noch kommt oder morgen. Aber ich schmeiß die Kiste schon mal rein. Ich schmeiß die Kiste schon mal. Leute, einmal mit Profis arbeiten. Mann, was habe ich hier schon wieder gemacht? Ja, eine Kiste habe ich jetzt drin. Ein bisschen gefällt leider. Aber man konnte es schon eher ahnen, die sind noch nicht ladebereit, wie ihr seht. Auch hier, das sind jetzt vielleicht die, die ich hier gerade schon ein bisschen eingeschippt habe. Wir haben hier nämlich so ein, ja, das ist extra für Kartoffeln, so ein Forkel-Schaufel-Kombi. Und zwar hier, damit die ganze Erde durchfallen kann. Hier vorne rund, die gibt es auch anders, quasi mit einzelnen Zacken, die vorne dann so eine Kugel dran haben. Das hier ist, damit man die Kartoffeln nicht aufspießt. Damit, wenn du in den Haufen Kartoffeln reinhaust, die möglichst nicht beschädigst. Nur so eine kleine Info für die, die es nicht kannten. Und ansonsten wollen wir gucken, ob die Kartoffeln schalenfest sind. Das kann man hier schon mal vorweg prüfen, indem man so mit der Hand rüber geht. Hier sehen wir, die Schale löst sich noch ein bisschen. Und daran erkennen wir, dass wir die Partie noch nicht verladen können. Weil wenn wir das jetzt alles auf den Anhänger, beziehungsweise auf den LKW kippen, der das ablehnt und Co. sind rubbel stellen, da würde sich die Pelle abhellen. Und da ist halt die natürliche Schutzform der Kartoffel weg. Die letzten Kartoffeln sammeln wir jetzt noch ein. Ich habe einmal den Sturzbunker angemacht, die Kartoffeln ein bisschen nach oben gefördert. Ich habe halt auch vergessen, hier diese Plane hochzumachen. Ehrlich gesagt gedacht, ich kriege die eine Kartoffelkiste da so rein. Ja, falsch gedacht. Naja, gut. Wie ich schon meinte, ich gehe eher davon aus, dass wir das Ding morgen durchsortieren. Morgen werde ich auch zu unserem Schweinefreund des Vertrauens fahren. Da werde ich euch wieder auffangen. Deswegen, wir sehen uns morgen. Moin! Nächster Tag. Wir haben Mittwoch. Carsten lädt gerade Saatgut ab. Und ich habe mir den Frontleider geschnappt. Ich musste ja erstmal Zugmauer ran machen. Das gute Stück war da hinten noch nicht dran. Und wir wollen uns jetzt den Zug anhängen. Haben wir ja gestern einmal raufgeguckt. Da ist der trockene Mais drauf. Für den Schweinebauer. Alles klar. Nehmen wir hinten noch den Holzblock weg. Regen ist keiner angesagt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal offen. Also den Wagen. Klar, da mache ich nicht zu. Gut. Der hintere bleibt jetzt erstmal liegen. Zumindest kann ich so vorwärts wegfahren. Jetzt fahren wir einmal bei der Anlage über die Waage. Gucken, was die Anlage sagt, was wir wiegen. Und dann fahren wir nach Schweska zur geeichten Waage. So, wir machen noch eine kleine extra Runde um die Halle. Ich glaube, links rum raus wäre ein bisschen zu eng geworden. Was ist das denn hier? Da stellt er sich einfach vor die Waage. So, das hier ist die Überfahrwaage. Die Metallplatte vor mir. Hier fahre ich jetzt mit ungefähr 4 kmh rüber. Da drüben habe ich eine Anzeige. Die misst jede einzelne Achse. Und zu langsam darf ich wohl auch nicht fahren. Weil dann kommt die Waage nicht mit der Zeit zurecht, die zwischen den einzelnen Achsen liegt. Aber 4 kmh soll ein gutes Tempo sein. Also wenn ich mir das hier so angucke, fällt mir auf, nicht nur Nehmen zu schön. Im Osten gibt es auch schöne Dörfer. Das macht dann halt die Allee, ne? Schön im Herbst, gelbe Blätter, sieht gut aus. Dazu gute Musik. Wir müssen aber mit Monetarisierung auffassen. Wir fahren jetzt erstmal, der Betrieb ist gleich da vorne. Wir sind gleich da. Wir müssen den zweiten Anhänger abklemmen. Weil sonst ist es zu eng in der Halle. Vielleicht die habt ihr schon mal gesehen. Vielleicht zeige ich euch auch die nochmal. So, das war es schon. Den Wangen lassen wir jetzt stehen. Das ist der Betrieb. Aber wir müssen hinten rum. Vorne wird es nichts. Gut, das passt hier alles. So, jetzt geht es nach da hinten durch. Hinten links können wir abkippen. Wichtig ist ja jetzt auch, dass hier ist noch Trocknungsboden drauf. Das heißt, nach hinten können wir auch nicht abkippen. Dann rutscht der Trocknungsboden runter zur Seite. Da haben wir an diesen Seitentüren eine Querstrebe drinne oder eine Längsstrebe. Die hält den Trocknungsboden. Traulichschlauch muss ja noch rein. So, da habe ich auch schon mal vorhin ein bisschen Katzenfutter geholt. Jetzt muss ich hier auch aufpassen. Da war gerade die eine Säule. Da ist aber noch ein bisschen Platz. Stopp, ganz schön. So, erster Wagen ist abgekippt. Ich mache jetzt Klappen schnell zu. Dann hole ich den zweiten Wagen. Da fahre ich vorne auf den Hof drauf. Und dann geht es wieder nach Hause leer wiegen. Dankeschön. Tschau. Tschüss. So, da wartet schon der Nächste. Wir stehen hier auf der Waage. Jetzt geht es wieder nach Hause. Kann mir mal einer erklären, warum der Trecker immer piept? Ihr seht, Licht ist... Ja, und so schnell ist es dunkel draußen. Ich war gerade dabei, euch zu fragen, warum ich dachte, jetzt fängt er an zu piepen. Eigentlich hat er hier so eine scheiß Krankheit, dass er immer piept. Und ich verstehe nicht, warum. Licht, alles aus gewesen. Arbeitsscheinwerfer, Blinker, Tagfahrlicht, alles aus. Und trotzdem piept der Trecker immer so fünf, sechs Sekunden, wenn man ihn an- oder ausmacht. Da würde ich fragen, ob ihr für mich einen Rat habt, warum das so ist. So, ansonsten haben Carsten und Erwin noch weiter Maschinen sauber gemacht. Wir wollten heute eigentlich anfangen zu dreschen. Nichts draus geworden, leider. Der Lohner ist nicht gekommen. Dementsprechend geht das morgen los. Für mich persönlich sehr ärgerlich, weil ab morgen bin ich ja unterwegs. Mit Akku-Kontakte wieder mit der Campervan-Tour für die Agri-Techniker rundherum. Und ja, das ist eine ganze Woche. Diesmal noch ein bisschen, ein paar Tage länger. Jetzt hatte ich gehofft, dass wir in der Zeit möglichst wenig dreschen und auch wieder nur mit Umladen beschäftigt sind, weil das geht ja schnell. Leider nicht so geworden. Jetzt geht es morgen los mit dem Dreschen oder weiter mit dem Dreschen. Ich bin ab morgen Mittag gar nicht da. Doof gelaufen. Genauso mit den Kartoffeln hier. Die hatte ich ja gestern reingekippt. Meinte, entweder wollen wir es gestern oder heute machen. Kam auch keiner. Konnten wir nicht anfangen durchzulaufen. Zeit hätten wir... Ja, so ist der Plan. Haut halt meistens nicht hin. Wir gehen jetzt nochmal schnell Wasser an, machen am Reitplatz. Dazu habe ich hier so eine geile Kopftaschenlampe, weil ich glaube... Also da vorne ist das... Warte mal, jetzt habe ich es falsch gemacht. So. Ja, ihr seht gar nichts. Also da vorne ist die Pumpe. Die will ich verstellen und... Na ja, Kopftaschenlampe ist ganz wichtig, weil man beide Hände braucht. So, ein bisschen was erkennt ihr ja, wenn ich genau draufhalte. Und das ist nämlich das Nervige, weil wir diesen ganzen Bereich noch nicht befestigt haben. Hier soll ja eigentlich ein Pumpenhaus hin und dann kann ein Verteilerstück angeschlossen werden. Bis dato müssen wir es so machen, dass ich diese Verbindung löse. Ich muss aufpassen, ich halte gerade die Kamera zwischen meinem Bein, damit ihr auch alles drauf habt. Nehmen diese beiden Anschlüsse... Na, guck mal hier. So. Das war es dann schon. Den Gelben stecken wir da wieder rauf. Der Dreck an dem Gewinde... ...macht jetzt, denke ich mal, nichts. So. Das werdet ihr jetzt nicht erkennen. Hinten am Reibplatz habe ich jetzt Licht angemacht. Junge, ich bin ein richtiger Profi-Streamer. Wenn mein Licht mal halten würde. Kopftaschenlampe jetzt unter der Kamera. Ja, das ist so ein bisschen das Nervige. Das kann ich abends immer teilweise noch machen, weil ich halt auch selber hin muss, den Kram wieder umstellen. Ja, hinten rechts läuft jetzt. Gut, der läuft jetzt so dreiviertel Stunde, halbe Stunde lasse ich das laufen. Dann stelle ich nochmal um und dann wäre es für heute Abend fertig. Naja, gut. Ich mache jetzt erstmal hier wieder alle Lichter aus. Die habe ich extra für die kurze Videoaufnahme hier nochmal schnell angemacht. Weil ich das Video ja noch beenden muss. Vorhin war ja ein bisschen drastisches Ende. Carsten und Erwin sind schon nach Hause. Und dann habe ich einmal schnell für euch die ganzen Lichter hier angemacht. Und genau, bevor ich jetzt ausmache, bevor ihr mich nicht mehr seht, beende ich das Video hier. Ist wieder ein bisschen kürzerer Vlog. Momentan ist ja mit den Vlogs ein bisschen schwierig, die dazwischen zu kriegen, weil ich relativ viel unterwegs bin. Und es beginnt die ruhige Phase auf dem Betrieb. Also ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es den Winter über mache. Also wahrscheinlich nur ein Video die Woche. Aber das wird sich alles noch zeigen. Ihr werdet sehen, wenn ihr mich abonniert habt und meine Videos guckt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Leute, einmal mit Profis arbeiten.